Ja Li, hallo meine lieben Damen und Herren und Zuschauer und Abonnenten meines werten YouTube-Kanals Mischemillionär. Heute geht es um die Goldpreisentwicklung und überhaupt grundsätzlich mal um Gold und Edelmetalle, Gold und Sibber. Mal wieder habe ich seit Ewigkeiten kein kein Video mehr gemacht und ich war ja schon immer sehr vorsichtig mit dem ja sagen mal blind rein ins Gold ja weil die weil die Inflation Information sage ich schon die Inflation droht und das ist mir einfach zu einfach ja also wenn man sich jetzt mal Markus Dr. Krall anschaut oder so weiter der jetzt auch zu Degussa abgewandert ist und natürlich sagt ja Gold ist natürlich ein wichtiger Bestandteil und so weiter also es ist natürlich so dass wäre Gold dass das das Allheilmittel ja des Investments ja dann gibt es wahrscheinlich überhaupt keinen Markt weil dann wird ja jeder Gold kaufen und fertig also irgendwie ist natürlich viel zu einfach auf der anderen Seite ist natürlich ein schönes Edelmetall ich habe mich da immer sehr zurückgehalten wie gesagt und jetzt scheint es dass es wieder mal an der Zeit ist eventuell in den nächsten Tagen Wochen oder Monaten eventuell mal wieder ein kleines Unzilein zu kaufen ja ich kaufe sehr unregelmäßig muss ich echt wirklich dazu sagen und habe aber auch eine Aktie gekauft unlängst weil ich nicht wusste was ich weiß nicht genau wusste okay was soll ich jetzt machen ich hatte ein bisschen zu viel Cash auf meinem Depot und da komme ich dann gleich noch dazu dass die Barrick Gold ja und ja die fällt natürlich aktuell stark und ist natürlich nicht so gut aber wir machen uns kurz grundsätzlich zurück zu Gold ich würde hier empfehlen einfach dir auch mal diesen Bussler anzugucken von der Aktionär ich finde den einfach super authentisch den Mann hier dieses Video das und längst Video verlinke ich euch hier unten auch noch mal um es einfach weiter zu verbreiten weil ich bin dann einfach sehr ja bodenständig also das sieht man hat auch nicht so häufig da draußen bei diesem ganzen Sagen mal bei diesem ganzen Börsen News und alles mögliche und auf der auf der Jagd nach die den meisten Klicks und so weiter ja und ich meine ich finde hier in dem Video finde ich ganz lustig sagte ich musste aus meiner privaten Tasche weil Leute bemängelt hatten dass mein Mikrofon mein Ton hier aus dem Homeoffice schlecht wäre musste ich meinen eigenen Ton mein eigenes Mikrofon kaufen und das werde ich dann aber auch gefälligst von der Steuer absetzen finde ich sehr sympathisch denn uns geht es ja allen auch nicht anders aber auf jeden Fall so so viel besser ist der Ton nicht aber okay nebenbei bemerkt also ich verlinke euch das Video hier finde ich ganz also okay soweit jetzt gehen wir mal zu Barrick Gold ja hier das wollte ich natürlich nicht zeigen hier okay Barrick Gold ja jetzt schauen wir mal hier ist halt natürlich underperformed ich könnte man sagen ich Idiot natürlich hier ein paar Aktien gekauft noch vor einem Monat ungefähr seitdem sind natürlich gefallen aber das Ganze habe ich sozusagen langfristig also mir überlegt zu machen es gibt da auch immer ein paar Dividenden drauf und so weiter ähm ich hatte einfach irgendwie 5000 Euro übrig und hab's einfach dann investiert in diese Barrick Gold ja ja und ich nehme an dass ich das will auch dass das sozusagen ja sagen wir langfristig ich da jetzt keinen Riesenverlust machen werde ja also schau mal wo ist hier sozusagen 200 Tageslinie ja haben wir gut unterschritten ist ein toller Abwärtstrend supergeil ähm ist halt natürlich so dass man eines bedenken muss bei diesem ganzen Gold und warum ich da schon immer sehr vorsichtig war ne also auch nicht sonderlich also ich habe weniger in Gold investiert sei es Aktien ETCs ETFs physisch irgendwo bei Edelmetallhändlern egal wo ja du das auch machst also ich habe schon immer sagen mal ungefähr das also sagen mal ungefähr das Ratio 1 zu 2 gehabt weil einfach Gold in den letzten Jahren immer sag mal von diesem Ratio 20 mal mehr ne was so historisch über die Jahrhunderte immer so sich eingependelt hat ja Gold der sozusagen dem Silber davon gelaufen war ne schon immer ähm also das war so ein kleines Ding aber warum ich grundsätzlich bei den Edelmetallen einfach sehr vorsichtig bin ist natürlich der symbolische charakter und der symbolische charakter ist natürlich bei gold noch viel viel höher als wir jetzt bei silber oder bei anderen edelmetallen die kaum einen jemand auf dem radar hat also die große breite bevölkerung ich kann mich ich kann immer nur wieder an diesen an diesen hype vor ja wann war das hier 2012 oder so erinnern schon noch weiter weg hier 2011 wo mich meine oma sozusagen weggedrückt hat er bei der bank weiß noch schnell irgendwie in gold klumpen kaufen wollte noch vor zwölf also diesen diesen von diesen hype das ist das was man halt vermeiden möchte das system was ist das system naja zentralbanken alle möglichen institutionen hedgefonds und große banken natürlich die natürlich denen ist natürlich ein dorn im auge ist wenn sich bürger irgendwo halt physisch sachen wertaufbewahrungsmittel besorgen die dann nicht so digital nachverfolgbar sind deswegen ist hat es so eine auslauf auslauffrist ja man sieht schon die ganzen beschränkungen bei dem bei dem physischen kauf in deutschland kann man gar nichts mehr ohne ausweis physisch kaufen obwohl es theoretisch noch erlaubt bis 2000 euro also muss man nach österreich gehen und was da kuckuck alles also deswegen dieses ganze edelmetall thema ist für mich eigentlich letztendlich völlig uninteressant auch geworden mehr oder weniger hier auch videos drüber zu machen weil einfach es gar keinen spaß mehr macht so richtig darüber irgendwie videos zu machen man muss ja schon auch mal angst haben befürchten dass wenn man jetzt ein video hier öffentlich auf youtube post über irgendwelche edelmetalle oder oder münze für 20 euro die man mal gekauft hat ja dass dass man dann sozusagen per mit mit irgendwelchen algorithmen dann sozusagen gescannt wird und dann in fünf jahren kommt der fiskus ja da ist doch mal eine 5 euro münze gekauft na und so weiter jetzt abgabe pflicht oder diese pflicht oder steuer pflicht oder was weiß ich für scheiße ja und ihr dürft eines nicht vergessen und ich denke mal dass mittlerweile auch der staat der institutionen im staat soweit sind dass sie algorithmen die sind immer ein bisschen langsam aber aber sie sie kommen auch da an ja dass sie alles mögliche scannt im internet ja also ja also polizei tut das definitiv finanzamt tut und alle anderen auch und ja es gibt ja sozusagen noch dass das wenn man das dann länger hält wie zwölf monate das ist noch steuerfrei ist aber das kann sich alles ruckzuck ändern und wenn man so ein bisschen eine sammlerleidenschaft hat wie ich dann ist es sozusagen noch so ein trost pflaster aber rein so zum ja was soll ich sagen investment oder irgendwas ja dieses ganze edelmetall thema ist eigentlich bist wahrscheinlich besser aufgehoben mit mit bitcoin ja und aktien und und allen möglichen anderen dingen vielleicht oder eine unternehmensgründung denn du hast diesen symbolischen charakter jetzt komme ich eigentlich zu dem eigentlichen punkt den ich hier mitteilen wollte und jeder es ist einfach die die gold und silberpreise ja sind einfach so so verhältnismäßig so kleine märkte im gegensatz zu der geldmenge und anleihenmärkte und was es noch alles für märkte gibt und so leicht manipulierbar ja es ist ja mehrfach nachgewiesen dass gold und silber märkte manipuliert sind und deswegen tut mir auch dieser bussler immer so leid von dem akt der aktionär sind mit seiner mit seiner edelmetall show der weiß ja auch manchmal nicht mehr was er sagen sollen er muss dann immer irgendwas begründen warum der kurs wieder gefallen ist oder warum die bergol wieder gefallen ist ja er kann ja gar nichts begründen weil das sind einfach manipulierte kurse also gold und silber wird manipuliert punkt ja und das sind mal dann irgendwann ist es mal irgendwie rausgekommen da sind halt drei vier leute von jp morgen in knast gegangen und dann ja irgendwelche kleinen manchkern halt ja nicht die großen chefs und dann geht es halt munter lustig weiter die die ganze show also es gibt ja auch von demitisch dimitri speck ein sehr bekanntes buch verlinke ich euch hier unten meinetwegen der das auch mehrfach nachgewiesen hat also ich will euch damit nur sagen dass dieser ganze edelmetall hype ich weiß es gibt viele fans eine große community in deutschland auch natürlich sehr sehr sagen wir mal vielleicht auch übertrieben ist teilweise manche sagen ja auch es wird einen silber squeeze geben aber dann könnte ich ebenso gut sagen es gibt einen ja ich weiß nicht was squeeze ja also keine ahnung also darauf würde ich nicht wetten denn wenn darauf gewettet hättest dann sag mal dann hast du sozusagen in den letzten zehn jahren einen sehr schlechten schnitt gemacht es ist halt so ein bisschen eine streu geschichte dass du ein bisschen streu ist und ja es ist wie gesagt ich finde es so dass man halt immer so irgendwie so ein paar sachen vielleicht ein paar münzen ab und zu verkaufe verschenke ich die weihnacht am weihnachten habe ich ein paar verschenkt also 20 euro im wert von 20 euro oder sowas ja aber dass ich da jetzt irgendwie investments machen würde und so weiter na also industriemäßig überlasse ich den profis in der industrie ja sammlermäßig wenn du dich auskennst weil dass ich den sammlern bei den sammlern ja aber so für den normal oder draußen und darum geht es ja immer auch bei diesen ganzen videos und bei diesen ganzen edelmetallhändler videos und kanälen und mit dem riesigen fangemeide und man darf ja nichts gegen physisches gold und silber sagen und so weiter ja aber wie viel rendite hat man gemacht mit den letzten zehn jahren mit physischen gold und silber ja es gibt leute die haben wahrscheinlich nichts anderes gekauft die ganzen letzten zehn jahre damit jetzt nicht unbedingt den super die super rendite gemacht ja hätten sie sich auch irgendwie eine wohnung von kaufen können oder urlaub und so gesehen behaltet lasst euch da nicht zu stark mitreißen von diesen edelmetall community leuten ich weiß dafür werde ich jetzt wahrscheinlich hier fett daumen runter von denen weil hier natürlich dieses video irgendwie drauf kommen werden ich finde es eine geile sache aber in maßen ja in absolut in maßen ich würde auch ein jedes aktiendepot würde ich auch sagen mal nie mehr wie fünf prozent in irgendwelche edelmetall oder minenaktien reingeben weil für mich ist es einfach auch eine welt die man überhaupt nicht durchschauen kann ja diese ganzen minen firmen die sind meistens in irgendwelchen ländern wo also zu 100 prozent korruption herrscht ja also diese ganzen minen da in südafrika in südamerika und so weiter wo du nie wirklich weißt was da ab geht ja hast du null durchblick und also in keinster weise irgendwie vergleichbar mit einer firma mit einer aktie wie microsoft google oder 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 sap oder so was ja und von daher halte ich mich da sehr zurück und hat sich so wie es aussieht auch mal wieder ausgezahlt also meine verluste halten sich in grenzen auch wenn ich jetzt bei diesen bei diesem kauf hier von bergolf mit den 5000 euro ja fast schon 1000 euro minus bin ja es ist doch ein verhältnis zu meinem ganzen depot bin ich doch noch es ist sehr erträglich und darum geht es letztendlich und damit verabschiede ich mich zu diesem video bis zum nächsten mal dein thomas kleine und schau wieder rein wenn es heißt bis dann tschüss